Ich bin gerne am BWG, weil es zum Beispiel im Ralt diese Pump-Rack-Wiege gibt. Und ja, da kann man im Sportunterricht zum Beispiel auch. Ich bin gerne am BWG, weil die Lehrer hier so nett sind. Ich bin gerne am BWG, weil es viele Spielmöglichkeiten für die Pause gibt. Also ich bin gerne am BWG, weil es hier Super-Cola-AG gibt, wie die Kletter-AG, die Aquarium-AG, die Bienen-AG. Und deshalb bin ich hier super gerne am BWG. Also ich bin gerne am BWG, weil ich die Cafeteria hier super schön finde. Und man kann sich dort hinsetzen und ich esse da am liebsten das Schoko. Ich bin gerne am BWG wegen der coolen Angebote, insbesondere der Projektkoche oder dem Flomark. Ich bin gerne am BWG, weil man hier in der Oberstufe von den Lehrern sehr an die Hand genommen wird, was die Berufswahl angeht. Und sie einem eben zeigen, was für Berufsmöglichkeiten es gibt. Und wie man seine Träume am besten erreichen kann. Ich bin aus sehr vielen Gründen sehr gerne am BWG. Doch einen Grund finde ich ganz besonders wichtig, und zwar das Lerncoaching. Als ich neu aufs BWG kam, wusste ich nicht, wie ich für eine Klassenarbeit lernen sollte. Doch dann empfohlen mir meine Klassenlehrerin das Lerncoaching. Dort war ich zweimal und habe mir ein paar Tipps abgeholt, wie ich für eine Klassenarbeit lerne. Die Tipps nutze ich auch heute noch. Ich bin gerne am BWG, weil ich hier mit den Schülerinnen und Schülern zusammenarbeiten kann, kooperieren kann. Und ebenso mit dem Kollegium. Ich habe vielfältige Möglichkeiten im Musikunterricht, also im Hauptfach, zu arbeiten, kreative Dinge zu gestalten und vielfältige Möglichkeiten, mich hier auszunehmen.